. Haben wir einen Anschlag gemacht? Nein, ich weiss nicht einmal. Gar nicht. Wir haben ein Papier, das drauf steht, du bist mir so viele Haare, ich gebe dir so viele Haare. Das schon? Ja, das haben wir. Also das hat auch ein Trevi. Trevi hat gesagt, ich habe einen Vertrag. Also ich weiss nichts von mir. Mal, mal, wir haben einen Vertrag. Aber das hast du mit drin. Ja, ja, haben wir das so gemacht, dass es gegenüber der Direktzahlung, dass es so stimmt. Eben. Ja, ja. Und der Vertrag, der ging, Mitte, Jahr auf Ende, Jahr zu künden, wenn man das möchte aufheben. Und dann, ja. Das weiss ich nicht einmal. Mal, das ist jetzt mit allen so, wo in neuer Zeit Zeit gemacht wurde. Und dann ist es effektiv per Anschlag. Ja. Ja. Mhm.